Hallöchen meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Family Guy Back to the Multiverse Ich habe mal geschaut, es war noch ein Gamepad angeschlossen, eventuell war das die Ursache für die Ähm, tja, für, ihr wisst schon was, die ganze Abschürze, hoffen wir erst mal Und ja, wir müssen jetzt Krüppel suchen Aber ich hab noch gar keine Nebenmission bekommen, das heißt, ich muss ja wirklich noch die erste Krüppel suchen Da kommt ein Bus auf uns zu Da fühle ich mich echt schon beschissen, die Krüppel abzunieten, umzunieten Oh ja, die haben's drauf, sind sowas von schnell, sowas von angsteinflößend Holy Crap Stewie Brian wollte wirklich diese Geschöpfe töten Oh, die können aber ganz schön rennen, ne? Haben sie gerade ernsthaft die Krüppel lustig gemacht? So, wir haben mal Brian holen Aua Stimmt, ich kann ja auch schießen Das hab ich ganz vergessen Irgendwo hier ist noch einer, da hinten ist einer Der schießt die ganze Zeit nur gegen irgendwas Das ist noch einer, ne? Die Taube, okay Keine Questgegenstand Das ist großartig Das schon wieder laden Mein Gott, wie viel laden gibt's denn noch, oder? Ist das ein Laden? Oh Du hast eine Schrotflinte Du hast eine Schrotflinte Du hast dich schön und nah mit diesem Schrotflinte Und dann gehen Oh, geil, bang, bang Don't turn it on yourself, though Das wäre schade Eine Schrotflinte Okay, aber der Bug gibt's immer noch Dann denke ich mal, wird der andere nicht besser Nicht behoben sein Wie scheiße ist ein Diebe, der macht ja gar keinen Schaden Ne, ne, der hat halt hier meine Schrot, äh, meine Sniper Ist ja noch wesentlich besser Ich hab da gerade was gesehen Pam Okay, scheiße Ich kann doch nicht durchschießen Aber da kann ich durchschießen Behindertenplaketten einsammeln Okay Schauen wir mal, ob hier eine drin ist Ne Das ist auch keine Behindertenplakette Okay, dann dürfen wir jetzt ein paar Behindertenplaketten sammeln Schaffen wir eh wieder, aber höchstwahrscheinlich nicht Das Game hasst mich ja Wie jetzt, ich hab ihn nicht getroffen? Wollt ihr mich verarschen? Hey everybody Geh an und find out, wer macht all diese Disabled-People-Attack-U Since they special-People Y'all should check the hospital Ah, die kann ich nicht töten, oder wie? Doch, kann ich Er war aber trotzdem nicht angeweifbar irgendwie Ah, rennt nicht Okay, ihr Schweine Dann halt so Mega geiles Sniper Hier ist trotzdem noch einer irgendwo Da hinten ist noch einer Und dennoch schießt er noch irgendwo einer Ist auch egal Gehen wir ein bisschen kaufen, auch wenn wir gerade von hinten beschossen wurden Okay, ne, das Riesenhuhn nicht Die Waffen aber Ah, können wir auch nichts Eine Raygun, schließe Okay Unbehindert Raketenwerfer Dann werden wir unsere Attribute verbessern Kostet ja, ja, kostet eine ganze Menge Ah, nehmen wir unsere Munition mit Ja, ja, I know, Brian Oh, oh, all this This, this is what I do Keep your eye out from one of these portals, Brian They could be useful Ja, ja, Stewie Ich weiß schon Was? Verarschen, oder was? Muss ich jetzt so schießen? Wer war auch schon mit dem Zielfernrohr? Oh, ne Taube Wer braucht schon ein Zielfernrohr? Ernst, oh, das ist Peter Was macht denn die Soda? Schon wieder So, da ist noch einer, der labern will Oder? Will er labern? So, äh, ich dachte, dass, äh, wenn du nichts machst, vielleicht können wir, äh, ein paar Seesantien über der Lagerfläche Der redet gerade mit der Laterne Der redet gerade ernsthaft über die Laterne Peter, was tust du da? Peter, was tust du da? Was macht denn mit Meg? Ich hab' einen Nubb-Gerl, weil eine Nubb-Gerl nie wieder kämpft Okay, sicherheitsgott erforderlich haben wir noch nicht, das heißt, wir müssen erst mal ins Krankenhaus Peter, also auf dem Break, äh, auf Meg, äh, auf Meg geschissen Also, ne, wirklich Können wir hier hinten gucken Hier wird da sicherlich irgendwas rumliegen Da ist eine Plakette Oh, jetzt kann ich überall parken Noch mehr Geld Oh, ich wollte das Geld haben Die haben sich gerade selbst umgebolzt Ah, okay, ist die Schrotflinte Das Zeug hat so'n Schreueffekt, ey, Wahnsinn Okay Die sollen aufhören, die mich zu fighten Jetzt will sie doch gar nicht töten Oh, noch einer Oh Gott Hat der mich gerade erschrocken, ey Vor allem noch ein Bezielfernrohr Episch Okay, ja, man scheint die Sicherheitscodes Dann kommen wir ohne Probleme hier hinten lang Oh, Joe Ist das, ist das Joe? Ich fühle mich schlecht, aber sie, sie sehen alle irgendwie wie ich Okay, ja, das ist definitiv Joe Hallo, Herr Swanson Ja, ich muss ein paar Sicherheitscodes aus dem Guard Ah, die haben wieder Leben, oder wie? Extra, extra viel Leben Alter Holy fuck Ich hab hier nur untergestoßen Okay, da haben wir die Codes gerade bekommen Da ist so bestimmt noch einer gewesen, oder? Und noch welche, die von oben voll herunterschießen Meine Sniper wird euch alle treffen Peter ist gemein So, kommen wir gleich wieder bei Hindys raus Ja, da kommen wieder welche Also eine coole Sniper Und die schießt Granaten Auch nicht übel Aber bisher funktioniert es noch ganz gut Mal ganz klar, dass hier eine ist Man hat sich hier keine mehr, keine Behindie-Plaketten Okay, wir sind im Parkhaus Nein, das minimiert sich leider immer noch Also ich hab ihr immer gefragt, wer das auch Let's Plays hat Aber bei ihr gab's keine Probleme Komisch Solange das nicht zu häufig auftritt Kann ich es ja noch verschmerzen Ach so, wie ich muss das alles eins zusammenschneiden Weil es jedes Mal eine neue Datei wird, wenn sie es minimiert Ah, ich denke mal Solange es sich nicht closed, das Game Kann ich es gerne vertragen Das Schneiden ist zwar eine Fummelarbeit Bam, gesnipert Alter, ein riesiges Krankenhaus mit Krüppeln Oh Gott Die lösen jetzt den Feueralarm aus Warum tun die das? Warum tun die Bösen das? Ich würde ja gerne alle töten, aber anscheinend Wollen die erst nicht so Mit der Sniper auf nahe gehen Die halten schon eine ganze Menge durch Schon nicht übel Aua Da ist noch eine irgendwo Ah, von hier oben schießen die auch noch überall Einen Sniper Das darf ich zwar nicht gedacht, aber okay Ja, er ist tweaked Vor allem, warum seht ihr so viele Krüppel bitte? Oh Gott Ein krüppelndes Krankenhaus Wenn wir sie einfach mal alle nacheinander töten Da ist einer Irgendwo ist ja noch so ein Rolli da Okay, werden wir erstmal die hier unten auslösen gehen Deaktivieren, wie auch immer man es nennen möchte Aber irgendwo rollt hier noch eine Hi Alles keine ins Gesicht geschossen Aua Die kommen so angestürmen in den Rollwagen Mit ihren, äh Rollstühlen, so heißt es Oh, Geld Genau Geht weg, ist kein Spielzeug Und wie komme ich da hoch? Ah, hier könnte es eventuell sein Da, wo der andere runtergekommen ist Das ist ganz logisch, dass ich hier wieder hochkomme Da hat gerade ein kleines Mädchen gefragt, ob sie tot ist Und die Mutter sagte Ja, du bist definitiv tot Ist aber auch nicht, auch nicht übel Okay Lassen wir den Krüppel da unten laufen Da ist aber noch einer So much money Ah, der ist eine Binderplakette Cool Ich glaube, ich habe schon sowieso eine wieder übersehen Irgendwo hier So, geschafft Alarm deaktiviert Oh, da ist schon wieder ein Ein Officer Und wenn wir den erstmal hier töten Von hier oben aus unserer Sniper-Position Wo ist der Typ? Anscheinend direkt unter mir Ist ja ungünstig Doch Ist das ätzend Da fällt wirklich eine Unterwährung anscheinend Ah ja, da ist er Jetzt kommt er näher, oder wie? Arsch, ey Das ist krass Au, es greift mich da an Ihr Schweine Oh, hi du Mann, das gibt es doch nicht Was ist denn das für ein Scheiß Das würde ich mir die ganze Zeit minimieren Einfach nur Müll um durch diese großen Beine zu kommen? Ah Okay So lange ist aber wie gesagt Nur minimiert und nicht close das Game Wie es schon einmal passiert ist Ist das noch okay Und ich würde sagen Bevor wir weitermachen 15 Minuten sind wir wieder um Auch wenn sie geschnitten sind Mal schauen, wie sich das so anhört oder ansiedeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Family Guy Back to the Multiverse. Ciao.